Willkommen zurück zu einem Marvelous One-Shot, glaube ich. Heute gibt es ein Lego-Build. Ich werde jetzt gleich Lego bauen, weil ich neulich dieses Gebäude hier gebaut habe, den Avengers Tower, und die Videoaufnahme zu lang geworden wäre. Der Turm ist übrigens saugeil, also sehr unterhaltsam. Das war eine kostenlose Figur dabei. Aber den machen wir heute nicht, wie man sich schon denken kann, sondern stattdessen gibt es heute das hier. Oh, jetzt haben wir hier eine Reflexion, die so nicht gedacht war. Moment. So. Die Hulkbuster Rettungsmission, oder wie es heißt. The Hulkbuster Smash. Im Deutschen heißt Hulkbuster Rettungsmission. Sehr gut. Okay, der wird heute gebaut. Das wird ein Zeitraffer. Viel Spaß damit. Der Hulkbuster Rettungsmittel. Die Hulkbuster Rettungsministerium. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018